Ich freue mich wieder eine Augenringebehandlung hier zu zeigen, weil es auch eine der häufigsten Behandlungen ist, die wir hier bei jungen Patientinnen durchführen. Vor allem kommen die jungen Patientinnen zu uns, weil sie Kommentare von ihrer näheren Umgebung hören, dass sie erschöpft seien, dass sie müde aussehen würden. Diese Kommentare sind sie meistens leid und möchten eine schöne Lösung haben. In den meisten Fällen können wir hier auch behilflich sein, wenn die strenge Indikationsstellung hier erfolgt von einem Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, erfolgt dann auch direkt im Anschluss die Therapie. Die Therapieablauf haben wir ja schon mehrmals hier gezeigt. In der Art und Weise, wenn die Indikation richtig gestellt worden ist, ist es auch von den Komplikationen her relativ weit zu vernachlässigen und man sieht direkt ein schönes Ergebnis.